So. Ähm... Ich mein, ich mach somit am meisten Schaden. Ist jetzt die Frage, soll ich die schweren Kampfläufer machen, oder auf die Großen gehen? Ähm... Du kannst versuchen, die Großen zu gehen, während ich versuche, es abzulenken. Wär macht die Kampfläufer dann und die Spucker? Äh... Ja. Weil ich glaub kaum, dass die sich selbst machen würden. Hm... Muss man kurz irgendwie zu Markus hochkommen. Wie bist du da hochgekommen? Von so nem weißen Ding da. Ah, da hast du so nem weißer Teil hochgeschossen? Hm. Ah. Äh, Schatten. Sie leuchten durch. Moment. Ich muss kurz nachladen und zwar. I'm done. Let's go. Äh... Ich steck first. Kann ich dann machen? Ja, dann zurückzieht dich, ne? Ja, das ist aber toll. Jetzt geht's wieder. Ja. Und lass uns. Okay. Haha, der hat den vor... Hahaha. Äh... Ja, fuck it. Ach du. Großes Kino. Okay. Wo ist die andere? Es sind halt wirklich alle drei gleichzeitig. Das passt ja. Okay. Einer fokussiert auf mich. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Er hat nicht... Er hat doch nicht auf mich geschossen. Aus irgendeinem Grund. Oh, das sind beide der Mächte. Das wird interessant. Jetzt wird alles gleich drauf gehen. Ja. Und tot. Jetzt wird alles auf mich geschossen. Ja. Hier sind die andere andere Leichter. Also die Gegend, das ist beruhigt. Ja. Ach, wie brav die da durchlaufen. Decker fressen jetzt schon Schaden. Olek. Ja. Auch gut. Das ist eigentlich nicht gut, weil die dann zu kehren sind. Ja, jetzt können sie zu kehren. Ja, stimmt. Das tun sie natürlich auch. Ach, die springen hoch. Deine Plotter sind down, jetzt ist er down. Ja, die anderen beiden haben auch nicht mehr viel. Ja, ja. Schlepp. Ja, die beiden sind back down. Also die läuft doch eigentlich als down, nicht? Ja doch, okay. Down, down. Und die ganzen random-optionen auch direkt. Ja, easy, ey. Easy? Ja, genau. Vielleicht nur da. Alles gut. Gut, gut. Letzter Treffer. Okay. Sieg. Ein sauberer Schuss. Der wahrscheinlich gar nicht kommen wird. Awesome. Und, und, und. Nein. Schon. Ebenso. Aber fast. Das hat echt viele Punkte gegeben. Hm. So. Ach, ja. Das hätte nicht gedacht, was wir jetzt schaffen. Mhm. Das war überraschend. So. Haben wir eine interaktive Katze denn jetzt am Ende? Haben wir anscheinend. Oh. Erstmal, ich will lesen, was da steht auf Englisch. Das wäre interessant. Der kämpft den Riesen festhalten. Leute sind bereit. Im Englisch will ich das auch noch mal lesen. Ich bin Katze. Du kannst ihn deine Nachnamen ansetzen. Ah, das ist die selbe, die selbe, Katze ihn wieder wie vorher. Ich glaube nicht. Doch, ist es. Ja. Ja. Headshot. Ich sag dir, der läuft jetzt ohne Kopf weiter, das ist ein Zombie. Sieht so aus. Oh. Oder auch nicht. Wopf. Du kannst sagen, das geht doch schon eine riesige Schockwelle ab, oder? Hm. Sollte. Und Museen in tausenden von Jahren werden diesen riesigen Krater als See beobachten. Hehehe. Ui toll. Ja. Alle mögen sich. Also so. So wie es halt geht. Hey. Schon schön? Ich hab's zu Ende gelesen wenigstens, ja. Okay. Beste Hoffnung, war's das? Nein, wir haben noch die Arkinseln. Oh. Ich hab die... Tor zu Arc. Gucken wir's vielleicht nochmal an. Ganz kurz. Ja, angucken tun wir uns das ja immer. Sieht faszinierend aus. Leon. Hallo. Hehehe. Hi Jackson, was geht? Mhm. Ich find's auch nett, wie ihr wirklich gesagt hättet, ich sende euch 7 Einheiten zur Unterstützung, ne? Einmal? Ja, ja. Cool. Wenn auch die... absurd klein sind. Und irgendwie... ziemlich früh übermalt. Okay, ja mal. Wir sind... Drücke 11 um die Einheit zu Befehl legen. Oho. Das ist cool. Lauf! Na, du hast... Klar, die Moinheiten sind halt... Das sind tatsächlich die Sniper Einheiten, weil das ist eine spezielle. Schau mal, der ist gleich ein neuer Gegner. Der sieht aus wie... Wo? Guck mal. Guck mal. Guck mal? Ja, guck mal. Von vorne, so ein klein wenig. Nur ohne die Beine. Guck mal. Guck mal aus Loil oder wie? Ja. Nee. Ich weiß nicht, ich hab das ganze Spiel zwei Wochen gespielt, also beurteile mich nicht. Yes. Schaut eher aus wie irgendein... Bike. Erinnert mich irgendwie an die Dekunus. Also das wohl gar nicht mal. Wie sehen wir es von den Augen und den Riefenmund? Hm? Also der eine hier... Der eine hier liegt tot am Boden. Ja. Das sieht nicht wirklich nach Simo aus. Kriegt aber null Schaden. Steht dran. Ja, von uns sowieso nicht. Aber die kann man auch hier ganz tief reinschicken. Dann kriegen die auch keinen Schaden. Ich will dieses Teil hier fahren. Das hat Geschütze. Ja, probier mal. Das geht aber nicht. Und da hinten geht bestimmt ne Tür auf. Such den Knopf. Ich muss mir erst mal die Tür gucken. Das sieht doch faszinierend aus. Guck mal nach oben. Da sind überall Brücken. Ein Rohrlein. Ein Rohrlein. Ein Rohrlein. Ein Rohrlein. Ein Rohrlein. Ein Rohrlein. Ja, gut. Kann man auch das Brücken verwenden. Schade ist, wenn man nicht durchkommt. Ui, hier poppt's. Wie ist hier poppt? Äh. Ja, das muss ich mir nicht unbedingt angucken. Rumpopps. Black Burgers. Und... Kerstelina. Mathematical Systems. Und dann. Also eine Sache will ich aber doch testen. Ich will wissen, was dieses eine Vieh macht. Noch nicht. Erstmal machen wir die Tür auf. Irgendwie. Vielleicht geht die ja gar nicht auf. Muss aber auf. Jetzt ne Glastür. Immer irgendwo ein Knopf, der irgendwas macht. Plyra, man muss immer rankommen können. Das ist es nämlich. Tja... Das Glas spiegelt. Seltsam. Hm, ja. Das ist alles. Problem, hier sind überall irgendwelche... ...Alpha Walls. Hm. Hm. Du denkst mir einfach nur zu kompliziert. Und ich denk noch, was ist hier neben der Tür irgendwo hier. Ich hab gar nicht mehr. Hm. Ich muss mich kurz hier raus sprengen wieder. Ich bin stecken geblieben, so. Ah... Pfff. MacBiirgus... Hm. Hm. Jas. Es ist ein netter Name. Pfff. Na ja. Schauen wir mal, wie ist unser Rocket-Jump rum? Oderic? Wollte ich auch. Aber ok. Dann schauen wir uns den Gegner an. Ein Sporenhüter. Er ist hübsch? Und er fliegt. Das ist nicht gut. Und hat 70k life. Hui. Ich glaube wir wissen was der macht. Ja der springt so in die Höhe. Pass auf. Ist das weh? Der schießt hoch? Ja. Abschiebt. Das ist auf jeden Fall verdammt stark. Das ist das einzige was ich nicht... Ich weiß nicht was der genau tut. Okay er springt hoch und mache uns einen Kram. Der keinen Schaden macht aber... Doch wir machen es dann. Mir nicht. Ich hab doch keinen Schaden von ihm gekriegt. Weiß ich nicht mehr spin. Aber ich habe die Einstern macht uns doch einfach auf den Kopf. Ich habe ihn schon wieder gesehen! Ich bin auch schon wieder auf den Kopf. Ich habe ihn mit meinen Schaden finden. Ich bin in den Kopf. Ja. Dein Zeit, ich kann verteidigen. Ey, hörst du auf! Böse! Was? Na, mein Turzen. Aha. We made it. Am Haufen. Ich bin MVP, aha. So und jetzt, warte mal, lass mal erkunden. Hier hat wirklich kein... Hey, noch mehr neue Fächer. Echt, wo? Ganz oben. Oh! Ach, da kommt was raus! Äh... Thaddeus, ganz viel Thaddeus. Was toll ist, wir kommen ja gar nicht hoch. Sehen für mich aus, wie die, ähm... Explosionsviecher nur endlich fliegen. Ja, irgendwie schon. Na komm, lass mal uns ran. Ähm, ja. Gerade nicht was wegen der Tür. Aber jetzt kriegst du den Knopf wieder, also... Aber jetzt kriegst du den Knopf wieder, also... Oh, gut. Was? Hab ich denn hier gerade gehört? Hm? Ach so, es ist dir... Hier steht ein Wehrpflichtiger rum. Ja. Sie hat gerade so einem richtig komischen... ...Britisch was gesagt. Sporen, Träger. Alter! Natürlich kann ich sie nicht anschießen. Alter! Weil der Alpha ist. Ich bin sogar. Jetzt sieht man die Pfeilen. Er hat zäglich, glaub ich. Ja. Die halten nichts aus. Der Kern aber auch nicht mehr. Sieg! Für die Horde. Ja. Ja. Für die Horde, ja. Oder für die Spuren. Spur war das für den XP. 3,50. Guck mal, wie viele Falzreffer ich gemacht hab. Guck mal, wie oft wir gestorben sind, Markus. Also wirklich. Hm. Reicht aber, ne? Ciao. Servus. Servus.